Ralf Georg Reuth ist ein deutscher Historiker und Autor. Reuth absolvierte ein Studium der Geschichte und Germanistik. 1983 wurde er bei Andreas Hillgruber in Geschichtswissenschaften mit einer Arbeit über Hitlers Strategie promoviert. Er schrieb Biografien über Josef Goebbels, Hitler, Erwin Rommel und Angela Merkel. Reuth ist Herausgeber der Tagebücher von Goebbels und Chefkorrespondent der Welt am Sonntag. Schriften Rommel, des Führers General. Mit Andreas Bönte Das Komplott, wie es wirklich zur deutschen Einheit kam. Pieper Verlag, München, 1995 ISBN 3492120520 Rezension Goebbels Eine Biografie Hitler Eine politische Biografie Rommel Das Ende einer Legende Hitlers Judenhass Klischee und Wirklichkeit Mit Günter Lachmann Das erste Leben der Angela M Mit Konstantin Zackers Im Großen Krieg Leben und Sterben des Leutnants Fritz Römmlein Pieper, München 2014 ISBN 978349205682-3 Herausgeberschaft Josef Goebbels Ein Letziers Wie kann es differenziert werden? Gut